Die Sendung wurde vom NDR live untertitelt. Das Ende ist ein Teil des Weges. Nur mal so nebenbei, orientierungslos durchs Weltall treiben ohne jede Chance auf Rettung, ist lustiger als es klingt. Essen und Wasser sind vor vier Tagen ausgegangen. Sauerstoff wird morgen früh verbraucht sein. Doch ich werde, wenn ich langsam einschlafe, von dir träumen. Es gab immer nur dich. Thanos hat genau das erreicht, was er wollte. Er hat die Hälfte aller Lebewesen ausgelöscht. Wir haben verloren. Wir alle. Wir haben Freunde verloren. Familie. Ein Teil von uns selbst. Dies ist der Kampf unseres Lebens. Es wird funktionieren, Steve. Ich weiß, das wird es. Denn ich wüsste nicht, was ich tun soll, wenn nicht. Hi, äh, ist jemand zu Hause? Hier ist Scott Lang. Wir haben uns vor ein paar Jahren getroffen auf dem Flughafen in Deutschland. Da bin ich ganz groß rausgekommen. Ist das nur alte Nachricht? Ant-Man, Ant-Man. Ich weiß, ihr wisst das noch. Das ist die Vordertür. Das bin ich. Könnt ihr mich reinlassen?